Heike, heike, heike Hi Ja, auf geht's in eine weitere Runde Handshowdown Selbe Bewaffnung, selbes Team Ist jetzt auch wieder 0 zu zweit unterwegs, aber ich denke mal Nummer 3 kommt vielleicht noch Schauen wir einfach mal, wir fangen einfach mal an Suchen gezielt erstmal nach dem Assassin Schauen wir mal an, wir fangen 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 mal an, wir Okay, Partner Nummer 3 ist auch unterwegs. Und dann gehen wir mal in die Kirche, da wird bestimmt kein Kampf stattfinden. Und dann gehen wir mal in die Kirche. Natürlich kein schöner Ort hier. So, da sind wir jetzt irgendwo Krähen hochgegangen. Aber nichts zu sehen. Okay. Das erwähnte ich glaube ich schon mal, dass ich sehr gut darin bin, auf Äste zu treten. Genau, das ist unser Maid auch alleine. Aber da kommt was. Das ist unser Maid. Ich bin wieder extrem beschissen gefossen. Jetzt war es mal ein Treffer. Das ist unser Maid. Das ist unser Maid. Das ist unser Maid. Das ist unser Maid. Ja. Was ist das? 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 Habe ich auch mal wieder beschissen geschossen da eben Und wir aber zum Glück auch Wir haben kurz vorweg nicht, dass der gleich auf den... Wie heißt das Ding noch? Wie heißt das Ding noch? Wenn ich rein schieße... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nicht rüberwerfen zu mir bitte... Das war der... Das war der... Ich wollte gerade Bescheid sagen, dass es noch eine Bombe, wenn es gibt... Ich brauche unbedingt mehr Zielwasser... Das ist ja furchtbar... Das ist ja furchtbar... Das ist ja furchtbar... Das ist ja furchtbar... So... Würde ich sagen... Würde ich sagen... Warten wir mal auf die Verbannung... Oder die Bannung... Und darauf, ob das andere Team ankommt... Und darauf, ob das andere Team ankommt... Ratschowder. 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 ja ja die spielkenne ja gg ja 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 ja